Ist das dein erstes Mahltag? Ja. Aufgeregt? Noch nicht, ne? Erst nachher. Schauen wir mal im Flieger. Gibt es einen speziellen Anlass oder einfach nur so? Das war ein Geburtstag. Es war mein Geburtstag gespielt. Alles Gute Nacht? Ja, das war ein halbes Jahr. Aber jetzt. Bis gleich im Flieger. Wir sind hier in Flieger. Woh! 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 2.000 Meter. Noch 1.000 Meter und dann geht's los. Super, freustig, ja? 1.000 Meter. 2.000 Meter. 2.000 Meter. 2.000 Meter. 2.000 Meter. 2.000 Meter. 2.000 Meter. Na dann, bis zum nächsten Mal will ich auch. Tschüss.